Du willst möglichst schnell in Warzone und DMC Waffen leveln, ohne den Multiplayer zu kaufen? Dann habe ich hier die schnellsten Methoden für dich, um mehr Waffen-XP zu erhalten, die du auch miteinander kombinieren kannst. Es gibt jetzt mehrere Methoden, deine Waffe zu leveln. Wir fangen jetzt mal mit dem DMC-Modus an. Entweder hast du die Waffe, die du level willst, schon in deinem Waffenlager, nimmst sie also in der nächsten Runde mit. Solltest du die Waffe, die du level willst, noch nicht in deinem Waffenlager haben, musst du so viel Geld und Hörwertigen Loot sammeln, dass du dir die Waffe an der Vorratsstation kaufen kannst. Zum Beispiel wie hier bei dem Auftrag Waffenversteck. Die Hörwertigen Gegenstände, die du gesammelt hast, musst du jetzt an der Vorratsstation verkaufen. Und das Geld, was du jetzt noch übrig hast, kannst du jetzt in Panzerplatten investieren. Die sind halt sehr, sehr günstig und du kannst sie unendlich oft kaufen. Somit kriegst du XP und gleichzeitig noch Waffen-XP, ohne dass du jemanden dafür killen musst. Bei Warzone hast du die Möglichkeit, auch Waffen-XP zu verdienen, und zwar mit dem Auftrag Safeknacker. Hier musst du die Waffe auch wieder ausgerüstet haben. Als erstes musst du den Auftrag Safeknacker annehmen, der auf der Karte markiert ist. Dann werden dir auf der Karte drei Safe-Standorte angezeigt, wo du nach und nach Sprengsätze anbringen musst. Hier profitierst du gleich zweimal. Einmal kommt hier eine ganze Menge Geld raus, das du wieder an der Vorratsstation für Panzerplatten ausgeben kannst. Und zum anderen hast du ja deine Waffe ausgewählt, die du gerne leveln willst. Und dadurch, dass du die Aufträge machst, bekommst du XP und natürlich Waffen-XP. Oder du nimmst den Auftrag Datensammeln an. Danach wird dir auf der Karte ein Bereich angezeigt, wo du einen Laptop finden musst. Wenn du den Laptop gefunden hast, dann musst du die Daten nur noch in einen anderen Bereich bringen. Das heißt also, diese Daten müssen dann da hochgeladen werden. Und somit verdienst du auch ganz easy deine Waffen-XP für deine ausgerüstete Waffe. Du kannst das Level der Waffe beschleunigen, indem du vor der Runde XP-Token aktivierst, sofern du diese besitzt. Du willst mehr Tipps zu Warzone, DMC und MW2, dann lass ein Abo da. Und hier habe ich noch ein Video für dich mit 5 wichtigen Tipps im DMC-Modus.